Diesen Sommer kommt etwas Großes auf euch zu. Ein Film von einem ganz okayen YouTuber. Ein Film, der euch unterhalten, vielleicht sogar belustigen wird. Jedoch spielt das alles keine Rolle, denn... ...so ziemlich jeder halbwegs berühmte YouTuber und einen Gast auf Dritte, man doch deren Fans eine Karte kaufen. Kartoffelsalat, oder? Ist doch scheißegal, wie der Film heißt, ihr guckt euch den Quatsch ja sowieso an. Bald im Kino.